So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, eine neue Folge Pokemon Go, beziehungsweise eine neue Folge Max Out Monday, letzte Woche alleine, die Woche davor mit Janiya, diesmal mit Hannes. Moin. Dat ist der Hannes. Habt ihr schon mal so einen Hannes gesehen? So einen richtigen Hannes, ne? Das ist jetzt, da muss ich aufpassen, der kommt von hinten. So, Max Out Monday für alle, die es nicht kennen. Ich versuche immer ein Pokemon zu maxen, was vielleicht thematisch gerade zur Woche passt, oder ein besonderes Pokemon, was ich bekommen habe. Voraussetzung, ich habe ein 100%iges davon und genügend XL Bonbons. Und ihr könnt Vorschläge in die Kommentare machen, was ihr wollt, dass ich maxe. Gleiche Voraussetzung, wenn ich ein 100er habe und genügend XL Bonbons, dass ich es auf 50 ziehen kann, denn nur 50 ist maxen, 40 ist nicht maxen. Dann machen wir das. Ich also immer ein Titel-Pokemon und 5 Vorschläge aus der Community, sodass wir 6 Stück in einer Folge unterbringen. Gestern ist mir was passiert. Da habe ich schön meine Postkarten an und ab gepinnt, die ganze Zeit. Und habe dann dieses Exemplar gefunden von einem 100% Purmel. Und das fand ich richtig genial. Hildburghausen, Thüringen, 29.1. ist also ganz frisch. Heute ist der 30. Das möchte ich jetzt erstmal entwickeln. Zweimal entwickeln natürlich und dann einmal maxen. Und das ist mein persönliches Titel-Pokemon für diese Folge, weil es ist ja was Besonderes. Kriegst du nicht aus Raids, kriegst du nicht aus Eiern, kriegst du nicht aus Feldforschungen, kriegst du ja nur von den Postkarten. Dann kannst du dir nicht irgendwie erschienen. Da musst du wirklich Glück haben, wenn du an und ab pinst, dass dann random ein 100%iges dabei ist. Was ist dein bestes Purmel, was du bis jetzt hast? Weißt du es gerade? Ein 98er. 98? Ich glaube, ich habe auch die ganze Zeit 98er gehabt. Viele 96er. Aber es waren keine 100er und nur bei 100 wird gemaxed. Wie weit bist du mit deiner Medaille? Von den 18 Mustern, wie viele hast du? Da habe ich 6, glaube ich, erst. 6 von 18. Ja, 6 von 18. Nochmal dazu, natürlich gibt es insgesamt 20. Bei den Medaillen sieht man das ja auch. Also wenn ich jetzt hier drauf drücke, Pokedex, sieht man ja, okay. Es gibt insgesamt 20. Zwei Dinger sind noch frei. Die gibt es normalerweise, aber noch nicht in Pokémon Go, noch nicht hier in diesem Spiel. Die Nummer ist auch cool. 666, Vivillon. Da freut sich der Hannes. Jo, da freu ich mich. Neuer Rekordgröße ist das Größte. Ist jetzt auf 100%, kriegt natürlich den Tag von Level 50 noch dran. Mein erstes 100%iges Vivillon. Oder wie sagst du dazu? Vivillon, ja, Vivillon. Pfiffchen, genau. So, jetzt habt ihr es natürlich. Aber mit 2097 ist es ja eigentlich recht gut. Schlecht, genau. Es ist richtig schlecht. Ich glaube, das Pokémon ist ziemlich hoch. Der Benjamin wird dann wieder in die Kommentare schreiben. Gebt einem 100% Vivillon mal bitte noch die Attacke, äh, Dings. Und dann muss ich das dann immer nachträglich noch machen. Das hat jetzt Windstoß, Energieball. Keine Ahnung, ob man damit was macht. Deswegen lasse ich das einfach so. So. Ja, dafür musste ich natürlich mit meinem ersten Glücks Vivillon ganz viel laufen. Musste etliche Trades machen immer. Alle Purmel, die ich gefangen habe, mit anderen hin und her tauschen. Habe gedacht, vielleicht kommt dabei auch mal ein 100er rum. Immer alles verschicken. Ansonsten jeden Tag trotzdem genau gucken, dass ihr drei, vier pro Tag Encounter habt und fangen können. Und gestern ist es dann passiert, nach dem Wrestling, zack, 100% Purmel da. Da habe ich mich sehr gefreut. Ist wie Farb-Igel trotzdem ein besonderes Pokémon. Hast du einen 100er Farb-Igel? Nein. Was ist da dein Bestes? Äh, 96er. 96. Alles aufheben. Immer die IV-Besten. Vielleicht kann man ja die trotzdem mal trainieren und verbessern. Und dann seid ihr traurig, wenn ihr die 98er alle weggeschickt habt. Das wäre nicht schlecht, wenn ich mal gehen würde. So, guckt mal mal jetzt in die Kommentare. Was hat die Community denn gesagt? Reike, Erste, Jochen, Bisas, Sam. Hm. Da gehen wir natürlich, wenn wir hier schauen, in die Familie. Wir versuchen ja eigentlich immer erst die Endstufen zu mixen. 100. 100, 100, aber nicht auf 50. Also, dann ist die Familie hier auch fertig. Jochen macht es einfach gemütlich. Aber, so ist man irgendwann mit nicht nur allen Pokémon, sondern allen Familien irgendwann durch, wenn man Glück hat. Also, mixen wir ein Bisasam für den Jochen. Jetzt ist das auch fertig. Hier, das hat natürlich, kann auch die Mega-Entwicklung ausführen. Wunderbar. Die ganze Bisasam-Familie ist also gemaxed. Erster Vorschlag aus der Community. 1260 WP-Reike. Hast du eigentlich überhaupt einen Überblick, was du jetzt alles hast, oder nicht? Nein. Ist das so einfach... Den Überblick darf man gar nicht haben. Sonst ist man viel zu sehr in dem Game drin und vernachlässigt alles andere. Also, am besten selber nicht wissen, was wie und man muss immer erst noch nachgucken. Beziehungsweise, den Überblick kriege ich ja immer, wenn ich mixe. Dann sagt die Heike noch viel Spaß mit Hannes. Ja, mich kann man nicht mixen. Dann sagt der Balou. Hypotherus, Quiegel, Wadribi. Hypotherus, habe ich wieder ein Problem. Das muss mal ein Titel-Pokémon sein, aus bestimmten Gründen. Ich gucke also mal kurz auf Wadribi. Wieso schreibt es denn nicht? Wadribi heißt, wenn, dann mixt man ein Hornweißel. Und neben einem Hornweißel kann man auch ein Wadribi mixen. Hannes. Soll ich lieber ein männliches oder ein weibliches mixen? Weibliches hast du ja gemaxen. Ich meine, ein Hornweißel ist weiblich, genau, ist gemaxed. Sollte man dann zum Ausgleich ein männliches, normales Wadribi mixen? Würde schon so. Oder weil es langweilig aussieht, doch ein weibliches, weil das eben halt... Also, ich persönlich hätte jetzt ein männliches gemaxed. Hannes und die männlichen Wadribi jetzt neu. Dann lassen wir das so. Nehmen dieses männliche, mixen das noch. Dann haben wir auch den zweiten Vorschlag und die zweite Familie komplett. Denn Wadribi oder Wadribie, ich weiß nicht, wie man sagt. Wie sagst du? Wadribi. 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 Nicht Wadribi und auch nicht Wadribie, sondern Wadribi. Ja, Wadribi. Warte, gut. Aura 50, die Familie also auch voll. Danke an Balu. Kannst gerne natürlich Hypoteros und Quiegel wieder vorschlagen. Dann gehen wir zum Benjamin. Gib deinem Krypto-Sazenia mal bitte noch Rasierblatt. Laubklinge ist ein starker Pflanzenangreifer. Dann schlage ich Wili, Sichlor, Emolga und Mantidea vor. Wili, Sichlor, Emolga, Mantidea. Ich muss mal kurz hier Emolga. Ich kann nicht schreiben. Emolga. Ja, Emolga habe ich keine XL. Das passt nicht. Sichlor. Habe ich keine XL. Das passt nicht. Mantidea ist auf 50. Mantax ist auch auf 50. Das ist die Vorentwicklung. Aber Imantis könnte man machen. Dann wäre diese Familie auch voll. Ich habe das erste Pokémon nämlich vergessen. Das Wili. Und deswegen maxen wir einfach das Imantis. Schade, dass wir heute im Prinzip immer nur die kleinen Krücken maxen können. Weil die Endstufen immer schon voll sind. Machen wir hier auch eine 50 dran. Dieses kleine Imantis auf 838. Schon ganz vergessen, dass es dieses Pokémon überhaupt gibt. So, hier. Das machen wir auch weg. Also immer, wenn wir jetzt MAN eingeben, sehen wir, alle Männer sind gemaxed. Habe ich bei dem Watribi, Watribie, Wat, Wat habe ich hier überhaupt die 50 dran gemacht? Ja, habe ich. Gut. Muss man auch mal gucken. Das war jetzt das Bifilde. Das Bifilde. Drei, zwei Stück fehlen also noch. Kommen wir zu Miku. Meine Vorschläge wären, ein 100er Krypto pushen. Egal welches. Würde ich eher vielleicht für das Titel Pokémon mal machen. Dann Vivillon Muster. Egal welches. Gut, haben wir schon gemacht. Also, Miku mit seinem Vorschlag auch durch. Ne, er kann ja nichts dazu, dass ich das da rein packe. Aber Furnifras und Elezart hat er noch drin. Ich glaube, da können wir noch was machen. Furnifras dürfte ich noch nicht gemaxed haben. Weil das einfach keiner vorschlägt. Und es ist auch 50. 2708. Was war das letzte? Furnifras und Elezart hat er, glaube ich, gesagt. Wenn wir Elezart haben, das ist er 50. Das wurde nämlich damals, immer wenn was neu in einem Event eingeführt wird, versuche ich natürlich das immer als Titel Pokémon zu maxen. Elezart ist gemaxed. Dieses Event ist es als Shiny eingeführt worden, aber ist natürlich dann nicht mehr neu gewesen. Man kann aber das Iguana maxen. Du schlägst Elezart vor. Ich habe keinen weiteren Vorschlag von dir außer Kryptos, aber die will ich mir aufheben für Titel. Also nehme ich einfach das Iguana und dann passt das ja trotzdem auch zum Event. So haben wir das Elezart und das Iguana gemaxed. So, 50. Die Familie also auch voll. Und dann fehlt noch ein Vorschlag. 1054. Chris. Mein Vorschlag wäre ein Despotar, Pupitar oder Lavitar. Das klingt erstmal langweilig, weil ich ja genau weiß, dass ich Despotar schon gemaxed habe. Aber vielleicht können wir damit dann auch die Familie fertig machen. Dann schaut mal hier. Da ist ein Erlöstes auf 50 und ein Krypto 100 auf 50. Dann müssen wir jetzt hier rüberschauen. Pupitar ist nicht auf 50 und Lavitar auch nicht. Ich glaube, der Jochen schreibt unter dieses Video, Lavitar. Und dann muss ich das Lavitar nächstes Mal gemaxen und dann wäre das auch fertig. Nehmen wir also, Pupitar kommt auf 1996. Ist der letzte Vorschlag. Ist der fünfte Vorschlag. Machen wir noch den Tag dran. Pupitar auf 50. Wer hat das schon? Was will man damit? Wer braucht das? Das waren theoretisch alle. Alle Vorschläge. Grüße an den Rest, der jetzt nicht dran war oder nicht vorgelesen. Wurde, der zu spät war, sagen wir mal. Ihr könnt gerne wieder Vorschläge unter dieses Video machen. Wenn ihr noch mehr Vorschläge hattet, die nicht dran gekommen sind, schreibt die einfach nochmal hin. Wenn ihr gar nicht dran wart, schreibt die hin. Oder wenn ihr neue Vorschläge habt, schreibt die hin. Und ja. Hannes wird um 12 mit dem Zug dann fahren. Jetzt ist es 10.49 Uhr. Wir müssen noch Pfand wegbringen. Und mal schauen. War eine super Zeit. Heute Abend chill mit Ramses. Wohl alleine. Vielleicht lasse ich es auch rausfallen. Ich weiß es noch nicht. Muss ich mir noch überlegen. Und würde sagen, peace out, vorhaut. Euer Ramses. Euer Hannes. Und macht Vorschläge. Macht Vorschläge. Es war noch nie so einfach. Ihr seht, die ersten 5 Vorschläge haben gepasst. Es war sonst anders. Sonst habt ihr da 50 Kommentare gehabt. Wir sind 50 mal durchgegangen. Nichts hat gepasst. Seitdem ihr nur noch das kleine Gehöst nehmt. Geässt. Seitdem passt alles. Leider Gottes. Passt alles. Aber ich habe ja Titel Pokémon. Damit es richtig passt. Peace out, vorhaut. Euer Ramses. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.